Wärst du da rangegangen, dann hättest du einen einzigen Satz sagen können, ganz ohne Bezug zu dieser ganzen Sache. Dann wäre all das nicht geschehen, was aber geschehen ist. Wir wissen, dass sie in Schwierigkeiten sind. Und, wer sind sie? Wir sind ihre Freunde. Zabut! Zabut! Dein Auftrag heute ist ganz einfach. Du gehst da rein, waffest auf eine Person, wenn die Person erscheint, ziehst du deine Waffe und schießt. Scherz, Scherz. Diesen Kampf der Aggressionen, diesen Kampf der Dämonen, diesen Kampf der Brutalität. Zabut! 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 Der Staatsanwalt stellte mir genau vier Fragen. Auf die erste hätte ich mit Nein antworten müssen, weil sie sich auf einen Ort bezog, an dem ich niemals war. Zabut! Zabut! Wir mischen uns trennen, das ist zu unserem Besten. Ich stieß dir immer noch gegen das Schienbein, im gleichen Rhythmus, wie wenn das Herz manchmal noch weiter schlägt, aber das Hirn schon tot ist. Bist? Zabut! Vielen Dank.